Peter Pan erscheint als digitales Collectible auf der Wibi-App, außerdem schauen wir uns News zu New York Comic Con an und wir schauen uns alle bevorstehenden Comic Drops an, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja, lang ist es her, da war mal wieder ein Video und heute gibt es wieder ein Video, entschuldigt bitte, es ist gerade äußerst, äußerst viel zu tun. Ich werde Ende der Woche umziehen, dementsprechend auch werde ich sehen, wie ich das mit den Videos hinbekomme. Ihr könnt euch vorstellen, ich denke mal, die meisten von euch sind schon mal umgezogen, es ist auf jeden Fall eine Menge, Menge Stress und Arbeit, deswegen verzeiht mir das bitte. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal die News für den heutigen Tag an. Wir haben hier nämlich erste News bekommen für die New York Comic Con zur Kick-Off-Party am 17. Oktober bei der Musica, einem Club bzw. einem Ort, wo wir dann sein werden. Und es braucht natürlich dafür auch Tickets. Und dementsprechend konnte man gestern hier die Tickets craften, einmal für Gold-Logo-Holder und natürlich auch nochmal, ja, normale Tickets für Leute, die über dem MCP Level 50 sind. Die konnten dann hier für 30.000 MCP-Punkte, die sie dann burnen mussten, hier dann dieses Ticket bekommen. Und da haben teilweise Leute tatsächlich auch im Mint Hashtag 1 bekommen, was ich krass fand und natürlich auch viele Leute gefreut haben. Schauen wir uns aber hier noch die anderen Tickets an für die Leute. Ich denke mal, von euch werden jetzt nicht so viele kommen, aber hier auf jeden Fall auch nochmal, wenn ihr kein Gold-Logo habt, wenn ihr nicht Level 50 plus seid, habt ihr hier natürlich auch die Möglichkeit, einfach normale Tickets zu holen. Und was ich sehr, sehr spannend finde hier bei diesen Tickets ist, es kostet kein Geld, sondern alles läuft wirklich über MCP und das finde ich schon ziemlich, ziemlich spannend. Wir können das mal anschauen hier. Man braucht im Prinzip hier für dieses Ticket 15.000 MCP-Punkte und dann hier für das unten, für den einfach Carmen Club Entry Ticket braucht man 5.000 MCP-Punkte. Also wirklich sehr, sehr moderat, muss man wirklich sagen und das zeigt mir persönlich einfach auch, dass hier auf jeden Fall das Interesse groß ist, dass man kein Geld ausgibt, sondern halt mit MCP-Punkten bezahlt. Also das ist im Prinzip wie so eine Währung wird, finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das Konzept, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Kommen wir nun zum Thema Sicherheit und hier bitte ganz genau zuhören bzw. einmal anschauen und stellt das sehr, sehr gerne ein, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr iPhone nutzen solltet, mit Face-ID den Apps zu hinterlegen, das heißt, es kann nicht irgendjemand ankommen und eure Vivi-App öffnen, sondern er muss das Ganze dann mit Face-ID machen. Finde ich sehr, sehr gut und ich habe es persönlich bei mir auch schon längst eingestellt. Ich empfehle es euch an dieser Stelle auch einfach, weil es nochmal ein weiterer Sicherheitsmechanismus ist, dass nicht irgendjemand an euer Handy gehen kann und da irgendwas in der App machen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Guter Tipp vom Vivi-Meister, grüße ich ihn raus und springen wir zum nächsten Thema und zwar nämlich Peter Pan Collection, die wir jetzt hier am 28. September sehen werden, das heißt am Samstag. Und wir werden hier ja auch einige Sachen sehen, zum Beispiel ganz klassisch natürlich hier den Cap Nook mit einer Editionzahl von 2353 Stück. Wir werden hier einen Listenpreis von 25 Gems bekommen und natürlich ganz wie immer hier die First Public mit 41. Ansonsten schauen wir uns mal Peter Pan selbst an, hier sogar noch animiert mit einer Editionzahl von 1353 Stück und einer First Appearance. Anschließend haben wir dann hier noch natürlich Smee, wen auch sonst als Ultra Rare hier mit einer Editionzahl von 353 Stück. Natürlich auch hier eine First Appearance. An dieser Stelle muss ich sagen, sind die Charaktere vom Aussehen ziemlich gut gelungen, finde ich. Sind auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir natürlich noch Wendy, die darf natürlich auch nicht fehlen mit einer Editionzahl von 153 Stück. Natürlich hier als Secret Rare und First Appearance. Dann haben wir jetzt auch als zweites hier noch sozusagen die Extraserie dazu mit Accessories. Zum Beispiel hier mit einer Kanone, Listenpreis hier an dieser Stelle 7 Dollar und eine Editionzahl von 820 Stück und natürlich hier eine First Edition. Anschließend haben wir dann hier noch ein Geschenk, beziehungsweise eine Wendy's Giftbox als Ultra Rare mit einer Editionzahl von 600 Stück. Dann haben wir hier noch eine Truhe als Ultra Rare mit einer Editionzahl von 444 Stück. Und wir haben natürlich auch hier eine Ruhe und zwar nämlich von Captain Hook selbst die Secret Rare mit einer Editionzahl von 288 Stück. Dieser gesamte Drop hier wird eine halbe Stunde später stattfinden, also um 17.30 Uhr deutscher Zeit und finde ich auf jeden Fall interessant. Und wir haben jetzt tatsächlich noch eine weitere und zwar nämlich die Diorama Series Hashtag 1 und diese wird dann hier droppen mit Jolly Roger Deck Secret Rare. Das Ganze wird hier dann auch um 17.30 Uhr deutscher Zeit stattfinden mit einem Listenpreis von 15 Dollar und einer Editionzahl von 888 Stück. Ja und das war es dann tatsächlich auch mal hier mit den gesamten Collectibles. Ich finde es auf jeden Fall äußerst, äußerst interessant, was hier auf jeden Fall von Disney gerade kommt mit den unterschiedlichsten Collectibles. Mit Dioramas beispielsweise, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung und ja, schreibt mir da auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten noch eine kurze Anmerkung, weil wir in den letzten Videos darüber gesprochen haben. Die 221 Milliarden OMI-Token sind jetzt aus Reserve und Vault Wallet endlich geburnt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall diese Tokens weg. Die sind auf jeden Fall kein Thema mehr, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Und dementsprechend können wir uns jetzt nun auf die Zukunft von OMI konzentrieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Team dort vorbereitet hat. Schauen wir uns den nächsten Comic Drop von Marvel an. Venom vs. Carnage Hashtag 1 sehen wir hier. Und das Ganze wird hier am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Gesamte hier natürlich wie immer mit 5 Covern. Und mir persönlich muss ich wirklich sagen, gefällt die Rare schon ganz gut. Aber die Alt-Rare sieht einfach extrem, extrem gut aus. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Ansonsten hier die Secret Rare, ja, muss man sagen, ist Geschmackssache. Wir werden hier einen Listenpreis von 7 Dollar sehen und eine Edition von 3000 Stück. Ansonsten schauen wir uns natürlich auch wie immer hier die Go-Collect-Daten an. Bei einer 9.8 Grad mal hier 140 Dollar. Das ist einfach nicht so viel, auch wenn wir hier nur 463 Grades haben. Für mich persönlich auf jeden Fall an sich das Comic ein Skip bis auf das Cover. Wie gesagt, von der Alt-Rare, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und kommen wir direkt zu Version 2 von Venom vs. Carnage. Hier mit der Hashtag 2. Und zwar werden wir das Ganze nämlich dann am 26. September, das heißt am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Und hier werden wir die First Appearance of Toxin sehen. Außerdem haben wir natürlich wie immer hier auch 5 Cover mit dabei. Da muss ich tatsächlich sagen, gefallen mir die Cover nicht ganz so gut wie beim ersten. Dennoch auf jeden Fall hier interessant mit einem Listenpreis von 7 Dollar und eine Editionzahl von 3000 Stück. Und wir schauen uns natürlich auch nochmal die Go-Collect-Daten an. Ja, die sind nicht wirklich interessant, muss man einfach sagen. Eine 9.8 hier mit 222 Grades, gerade mal bei 160 Dollar, ist einfach kein Comic, was ich persönlich jetzt mitnehmen würde. Daher für mich persönlich auf jeden Fall dieses Comic ein Skip. Schauen wir uns aber auf jeden Fall einen Comic an, was ich vom Brand her jedenfalls feiere. Und zwar nämlich Star Wars Comics. Sehen wir jetzt hier das nächste mit Age of Rebellion. Boba Fett Hashtag 1 werden wir jetzt hier sehen. Und das nämlich am Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Da sollte ich wie immer hier mit 5 Covern. Und ich muss sagen, mir gefällt auf jeden Fall das erste Cover hier doch recht gut. Ansonsten, ja, relativ moderate Cover. Ich finde die Secret-Rare eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten haben wir Listenpreis natürlich wie immer von 7 Dollar. Und nur eine Editionzahl von 2000 Stück, was echt verdammt, verdammt wenig ist. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns natürlich wie immer auch nochmal die Go-Collect-Daten an. Hier an dieser Stelle von der Common haben wir auf jeden Fall einen 9.8 Grad mit einem Preis von 38 Dollar. Wenn wir uns jetzt aber nochmal anschauen, was auf Go-Collect denn sonst noch so los ist. Denn wir haben natürlich hier die Common, aber wir haben auch hier dann sozusagen Second Print, Variant Edition, Halloween Comic Fest Edition und die Movie Variant Cover. Da können wir uns nämlich auch direkt hier mal anschauen, zum Beispiel die McAquery Variant Cover, was ja in diesem Fall die Secret-Rare ist. Und nachschauen, was hier die Preise sind. Und da sieht man auch ganz klar, gegradete Comics sind auch hier nicht gerade teuer. 18 Stück sind hier gegradet und gerade mal einen Preis von 46 Dollar. Also wir sprechen hier auch von keinem wirklich großen Great Comic. Und was war es jetzt an dieser Stelle? Auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, es hat euch da draußen auf jeden Fall gefallen. Gegebenenfalls wird es am Mittwoch ganz spontan ein Collector Talk Special geben. Da warte ich aber momentan leider noch auf eine Rückmeldung, deswegen verzeiht mir das. Aber ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, sobald es dort irgendwelche News gibt. Ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.